Das weltweite Straßennetz, unendliche Weiten, das sind die Abenteuer des Captain Mike, der mit seinem 550 PS starkem LKW unterwegs ist, um Terminfrachten dorthin zu bringen, wo nie ein LKW-Fahrer zuvor gewesen ist. Auf ihn ist Verlass. Wir kommen nur 300 Ocken, bezahlen wir. Okay, wir können nur hier hin. Schade, ich hätte noch gesehen, wie der Zug losfährt. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir sind jetzt in Dover angekommen. Tja, das ist der Shuttle. Sieht auch genauso aus. Ich lache mich tot, hier kannst du gar nicht raus. Dann gibt's aber Haue, Leute. Hey, kannst du echt nicht rausfahren? Na komm, wir sind da hier schon in England. Also fahren wir schon mal stilgerecht hier auf der Spur. Ich möchte trotzdem noch vorher pennen. Drive on left, ja, machen wir ja schon. Aber das wird jetzt wieder ungewohnt werden, Leute. Oh, wow. Channel Tunnel, da müssen wir jetzt langen. Wir fahren jetzt mal dem Navi hinterher. Ach, das geht ja als in Yards. Aber wir müssen trotzdem mal pennen. Das würde ich machen, bevor Alarmstufe Rot angeht. So. Einkommen Anna hat 2000 erwirtschaftet. Sehr schön. Also wir sind noch gut in Zeitplan. 6 Stunden. Ja, das kriegen wir hin, Leute. 6 Stunden, 24 Kilometer. Das geht. Hier darfst du 80 fahren. Okay. Na, das geht schon. Und ihr seht schon, wir sind mal da, wir sind mal hier. Gerade noch hinten, wo waren wir gewesen? Skandinavien da die Ecke. Und jetzt sind wir schon in Großbritannien. Boah, 6 Stunden. Danach mache ich aber wirklich Feierabend. So, jetzt hier den Linksverkehr hier zu üben. Das ist echt wieder ungewohnt. Und wir sind zum ersten Mal mit dem eigenen LKW unterwegs. In England. Wow. Heute gefällt mir langsam hier. Da mäht wieder einer. Ich habe leider nur Flur hinten drauf. Oder Flur oder wie das Ding heißt. Sonst hätte ich mitgemäht. Mäh. Aber ich kann Mäh machen. Mäh. Aber wir warten nochmal. Warum sagen die Schafe eigentlich Mäh? Ja, ganz einfach. Den schmeckt das Gras nicht. Aber da die kein M aussprechen können. Äh, kein B aussprechen können. Sagen sie Mäh. Und nicht Bäh. Bäh. Ich weiß, flacher Witz. Aber ist mir gerade so eingefallen. Habe ich vor ewigen Zeit mal gehört. Was? 97? Bitte was? 97 kmh? Hatten wir diese komischen Werte auch gehabt, als wir... Wir können nicht mehr als 90, weil wir diesen Begrenzer drin haben. Der den LKW höchstens auf 90 kmh lässt. Wow. Wenn wir jetzt den Tempomat hier rausschmeißen könnten. Äh, nicht den Tempomat. Den Begrenzer. Also wie gesagt, im Multiplayer-Modus konnten wir das ja machen. Denny und ich. Dass wir bis 120 kmh fahren konnten. Ich glaube, ich hatte den mal auf 127 sogar gehabt. Den LKW. Den Volvo hier. Ich habe mal gelesen, dass es geht. Dass man ihn abschalten kann. Aber ich mache das jetzt nicht. Was? Das stand da gerade 50. Radarkontrolle. Jetzt steht da wieder 80. Hä? Hä? Ich blick da gerade nicht durch. 90. Okay. Jetzt wieder 97, Leute. würde ich ja gerne machen. Aber 90 kmh kann ich nicht. Du hast mit dem LKW. Ich hoffe, der bleibt stehen. Ich hoffe, der bleibt stehen. Ich hoffe, die haben Freunde geben Gas. Noch 5 Stunden, das zieht sich jetzt echt wie Kaugummi. 310 km, aber es gibt wieder Schottheimer. Es gibt, was habe ich gesagt, jetzt 40.000 wieder oder sowas. Leute, mein Preis gilt ja 40.000. Sagen wir mal, davon noch 2 Fuhren machen. Jeweils 40.000, aber den Kredit schon wieder abbezahlt. Ein kommt 1699, was die Anna da macht. Ich weiß gar nicht, können sich die, ähm... Deine Mitarbeiter eigentlich selber hochleveln, dass die dann selber Erfahrung kriegen? Weil die Anna macht jetzt momentan hier nur Kurzstrecke, so wie es aussieht. Ich hätte die einen von anderen genommen, die hätten wahrscheinlich noch weniger eingefahren bestimmt, weil die noch weniger Fernfahrten machen. 4 Stunden... Jetzt schaffen wir, wir sind um 18 Uhr, sind wir da, 18 Uhr 8. Dann ist auch bei mir Schicht im Schacht, weil mein Akku sagt auch wieder... Warte mal, 3 Spuren für Charlie, Southampton... Ja, die waren wir auch schon mal gewesen. Glaub ich. London auf jeden Fall. Southampton würde ich jetzt mal gerne rumfahren, aber... Jetzt ist ja die Titanic gebaut worden in Southampton, aber wir müssen... Wenn du fährst mitten rein, dann hau ich dich. Ja, hier waren wir auch schon mal gewesen. Da geht's runter nach London, deswegen bleiben wir jetzt auf der Spur hier. Ach, hier ist ja gleich Southampton. Ich wollte doch sagen, London waren wir doch... Ach... Dann geht das hier wieder zurück. Alles klar, dann... Waren wir auf der Autobahn, auf der wir gerade fahren, noch nie gewesen. Alles klar. Na, können wir... Da oben, da müssen wir hin. Okay. Oh, da müssen wir gleich die Autobahn verlassen, wenn wir uns an Landstraße fahren. Du bist der Boss-Boss. Okay. Okay. Ugh! Und hier muss jetzt nicht mehr vor Verdachten, oder wie? Bleh. Ich hab den gerade die Zunge rausgestreckt. Hehehe. Oh, nach 3 Stunden 58, wow. Oh. Ich bin gleich hin. Oh. Mach das nicht mit mir, Leute. Mein Name ist Searz. Hehehe. Hehehe. Oh. Oh. Auf der Space-Taste. Und dann sag ich gleich wieder, zwei Stunden sind wir gleich wieder dran. Wow. Ich glaub, den ETS-2 haben wir so schnell auf 100 Folgen hochgepusht, du. Da kannst du was für werden. Äh, was für werden? Ne, da kannst du was für, will ich sagen. Hm. Das war ein Schluckauf. Entschuldigung. Was ist das halt für den Stromast? Ich hab erst gedacht, das wäre so ein, so ein, so ein, so ein, hier aus China, hier so ein, so ein Kaiserpalast, dachte ich jetzt erst. Von Weitem. Ne, so ein Stromast, okay, also klar. Auch wie bei uns hier, rot-weiß, damit hier keine Flugzeuge entgegen fliegen. Boah, drei Stunden, 23, aber da zieht sich wie Kaugum hier die Strecke. Ich weiß nicht, irgendwie vorher die Strecke nach Malmö hoch, die ging fix, rasend, rasant. Ach, da oben ist ein Luftballon, ein Türkiser. Da hinten. Und ein roter. Wahrscheinlich Wetterbalance, ne? Oder Sumpfgas. 35 und die Geier, die kreisen wieder da oben. Oder Adler, in dem Fall Adler, die suchen wieder Mäusebussarde müssen da sein. Aber immer nur drei Stunden, das zieht sich grad irgendwie die Kaugummi. Und mir fallen auch gleich die Grüsens zu. Ich habe jetzt auch gar nichts auf der Agenda, was ich euch erzählen kann. Außer jetzt... Oh, die Gegend ist so schön. Oh, uh, ah. Na, ich mache auch gleich Schluss, weil... So wie OBS aussieht, ruckelt der ab und zu mal. Wahrscheinlich hat der Rechner gerade auch eine Pause verdient. Ich merke das jetzt hier so nicht. Während ich hier fahren, wenn ich ab und zu mal zum OBS-Monitor rüber gucke, da... Oh, wir sind zu schnell. Da sieht es aus, wenn es ruckelt. Car-Dev-Werbernei ist ja nicht auch schon mal gewesen. Kommt mir so bekannt vor. 2 Stunden 38. Na, jetzt geht es wieder. Wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit überschritten hat. Birmingham. Oh, jetzt ziehe ich auf die Nase. Manchester United. Okay, wir bleiben jetzt auf der Spur, wenn wir jetzt sofort wieder runter müssen. Wir bleiben jetzt auf der Spur, da wir sofort wieder runter müssen. Okay, Sir. Und hier wieder 700 kmh, ja, nie, ist klar. 97 kmh dürfen wir fahren. Jetzt haben wir aber viele Wechsel. Auch hier bleiben wir gleich auf der Spur. Ah, ein P5. Da fällt mir gerade die Folge Computer, ein P5 von Raumschiff Enterprise an, wo ich ein P5 lese. Auch eine gute Folge. Müsste ich mir auch demnächst wieder ranpfeifen. Einer meiner Lieblingsfolgen. Ui, Leute, was machst du denn? Boah, guck mal, wie der Eisen geht. Äh, in die Kurve, meine ich. Ah, die Anna macht kleine Fahrten. 800, na gut, okay. Kleinvieh macht auch müsst. So, bitte haben wir ja auch angefangen. Bleib schön auf deiner Spur mit deinem Renault. Zwei Stunden, okay. Tempomat ist aktiviert. Äh, wir haben jetzt bei der Aufnahme noch keinen Regenwolken. Gab noch keinen Regen? Wow. Oh, ich darfst nach 80 fahren. Schon da gerade was von Blitzen? Jetzt 50? Nee. Für wen gilt da die 50? Ja, okay, ich hab doch richtig gelesen mit Blitzomatus. Was ist denn das für eine Brücke hier? Ja, du. Da schon wieder die Wolke hier, die aussieht wie so eine Embuswolke, die sie gerade am Bilden ist. Da wird ein schönes Gewitter geben und ich kann nicht hinfahren. Eine Stunde 44. Was hast du denn hier vor, Kollege? Werden jetzt überholt ich denn? Jetzt gibt da Gas. Das wäre dann wieder wie im richtigen Leben. Was ist denn mit denen los? Da steht 87 da. Ich fahre 80. Und die fahren langsamer. Jetzt überholt er. Ja, klar. Er fühlt sich in seiner Ehre gekränkt. Jetzt überholt er den LKW-Wetten. Hat sich ja auch gedacht, wie vom LKW überholen? Das kommt nicht in die Tüte. Ich kenne doch meine Schweine. Ich wollte jetzt schon sagen, wie? Der hat uns jetzt hier zickzick überholt. Eine Stunde 23. Okay, jetzt geht er wieder. Es ist irgendwie, es gibt immer eine Stille dazwischen, die zieht sich immer wie Kaugen wie bei solchen langen Fahrten. Das habe ich auch gemerkt, damals beim Trainensimulator, wo ich mal so eine kleine Fahrt gemacht habe, so von München bis nach Duisburg. Okay, das war jetzt auch eine virtuelle Fahrt hier durch verschiedene Karten durch beim Trainensimulator, die ich da hatte. Aber es hat sich auch am Anfang ganz schön hingezogen und dann irgendwann an einer bestimmten Fahrt, an einer bestimmten Zeit, da verging das Ganze wie im Flug. Ist ja gerade auch so. Eine Stunde gleich nur noch. Wow. Und dann kriegen wir 40 Euro. 40.000 meine ich. Für 40 Euro habe ich noch nicht mal den Motor angelassen. Apropos Motor anlassen. Aber wir können auch schneller fahren wieder. Warum sagt man denn keiner? So, 90 eingeklingt. 51 Minuten. Na, jetzt geht das. Wir sind gleich da. Und dann machen wir Feierabend. Zwei Stunden vier. Also wir sind, glaube ich, jetzt schon eine Stunde am Fahren, wirklich. Das geht. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, beim ATS, beim ETS 2 werden wir sehr viele Folgen... Oh, wenn wir da jetzt schon bei Folge... Ich habe keine Ahnung. Wenn wir jetzt schon bei Folge 70 oder sowas sind. Ich weiß es echt nicht. Ich habe mal hochgerechnet. Folge 50... Habe ich gemacht? Nee, Folge 50 wird gemacht. Und ab 51 müsste der Multiplayer gewesen sein mit Danny und mir. Das sind ja schon ungefähr zwölf Folgen, haben wir so gerechnet. So über den Daumen. Das wäre schon 62. Und jetzt wirklich auch, glaube ich, irgendwie so ein Pensum hingelegt. Ja, also ich glaube, die 100, die müssten wir schon bald voll haben. Alles geht schnell, merke ich gerade. Und die hat gerade mal erst mal Folge 12 oder so gesehen. Hi, Sarah. Was ich im Voraus produziere. Das wächst auf keine Kuhort mehr. Ui, Leute. Was macht ihr denn? Ich muss hier runter, die nächste. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Hier ist von Bremsomat, aber wir müssen trotzdem nicht bremsen. Blitzomat meine ich. Siehst du im richtigen Leben? Sobald ein Blitzomat auftaucht, ob wir die schnell fahren können, gehen die in die Eisen. Ein Traum ist da ein Traum, Leute. Blinker setzen. Aber wir sind gleich da nach 11 Minuten. Und dann ist wirklich Schicht im Schacht bei mir, du. Die Glüsen fallen mir zu. Ich fall mir auch gleich zu. Packe ich gleich ein. Ich glaube, nein, wir kriegen die 40.000, wenn gut ist. Ich habe keine Lust zu parken. Ehrlich nicht. Was steht hier? Give way. Ich glaube, das habe ich schon damals in England folgen gefragt. Was ist das? Ach, da hat er meint. Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert, warum kommen uns die Pfeile entgegen? Wieso Pfeile? Hier gibt es doch keinen Indianer. Aber es bewirkt sich, also müsste es gleich vielleicht drin... Also da steht 50 und wieder um 80 fahren. Müssen die in MPH hier in Großbritannien, hier in Verkehrtland? Erst auf ein... Ja, in Swansea oder Swansea. 48. Ja, die müssen hier... Das muss wohl MPH sein. Weil wir nicht so komisch umrechnen. Da ist er wieder, der Blitzy. Was denn, was habe ich denn jetzt gemacht? Geschwindigkeit, sagt er. 48 stand da, wenn ich 50 gefahren. Na, muss auch was sein. Entschuldigung. Aber wir kriegen noch 40.000. Haha. Herrgott, noch mal. Darf man jetzt nicht in den Kreis fahren? Ja, stimmt für uns ja auch nicht. Oh, wir sind da, Leute. Wir sind... Wo sind wir denn? Wir sind da, juhu. Aber mal gucken, wir kommen an hier jetzt rein. Warte mal. So wie ich gerade einfahr... Weißt du, wird kommen. Drauf gescheatet. 23 Stunden sind wir jetzt gefahren. Steht da. Wow. Echt jetzt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Wow. Wir sind geübte Arbeiter. ADR-Klasse 2 Bonus haben wir gekriegt. Wow. 40.000... 47.000 haben wir wieder. Wir könnten... Ne, geht nur alles auf einmal. 47.000, so geht das. Oh, yeah. Wir machen gleich Schluss. Gucken, Fähigkeiten. Können wir da was aufleveln? Erst mal jetzt nicht. Auftragsangebot. Vielleicht machen wir es sogar demnächst mal... Mal gucken. Ach, das war das. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Jetzt macht er hier was auf. Ja, genau deswegen haben wir es ja nicht gemacht. So. Würde ich ja gerne mal machen, mal testweise. Das machen wir vielleicht beim nächsten Spiel. So, gucken. Ich wollte mal mir einen Fragbar geben, mal gucken. Wir sind weit weg der Heimat. Oh, 30. Also, ihr seht schon. Ich... Hab irgendwie Blut geleckt. Wo geht Athena, Karlskrona auch dahin? Das wäre ja, da müssten wir auf jeden Fall mal hin. Wie gesagt, ich möchte ja einmal... Hier ein Volvo ausfahren. Ich bin ja... Und dann will ich hier die Auszeichnung Volvo-Liebhaber haben. Ist in Ordnung. Okay, dann sag ich mal, danke fürs Zugucken. Ach, ich lege mich jetzt hin. Ich mache jetzt auch Pause. Ihr merkt schon sicherlich, ich bin... Ich spreche schon so wie so ein Faultier. Wie geht es Ihnen heute? Ja, okay. Also, wir sehen uns am Spielen wieder. Ich erhol mich jetzt ein bisschen. Ihr euch auch. Ich lege mich jetzt in die Kurie vom... vom Volvo und sag dann, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Euer Maiky. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020